Die Stellung müssen wir einnehmen. Hier sind sie in Sicherheit, Sir. Wir räumen mal auf. Komm mal los! Der zielt auf mich. Jetzt zielt er auf dich. Okay, mal gucken. Da vorne sind gute Stellungen. Los! Vor, 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 vor! Schau, schütze down. Okay. Hallo! Hey! Rutsch da einfach runter. Fuck. Da ist noch ein Scharfschütze. Cordova läuft weiter. Bier auch. Ah, dieser Rambo! Alter, dieser Hobbysoldat kotzt mich an. Wo ist der? Erledigt? Der lebt doch noch, oder? Ja, er kommt. Schlochkugeln! Arschloch! Tot! Jawoll, ja. hoch, hoch, hoch. Deckung! Oh, da ist man. Die Gegend ist sauber. Weiter geht's. Mensch. Ich hab's geschafft. Sie sind ein harter Hund. Gut gemacht, Sir. Wir müssen weiter. Ja. Wir noch mehr Verschaffung halten. Bradley, halt durch. Wir kommen. Äh, ich würde gerne die Tür aufmachen, aber irgendwie will sie nicht aufgehen. Okay. Na los. Hey, jetzt sitz. Ah, okay. Weiter. Schon wieder, Alter. Abschnitt schon vorbei. Naja. Irgendwas Gefühl, die Abschnitte werden immer kürzer. Oh, nein. Oh, 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 oh. Klingt nach einem feinen Kerl. Nach seinem Tod übernahm ich die Firma und das Kartell verurscht. Ich lehnte ab, doch mein Partner war zu schwach. Er hat sie verraten. Feinde! Cordoba, zurück! Hä? Der war doch gerade noch hinter uns. Jetzt ist er plötzlich vor uns. Scheiße! Wir haben scheinbar halb Mexikamente geheuert. Nö. Ja. Junge Pferde, die ihre Familie mit Töten ernähren wollen, gibt's wohl genug. Für DF tönt ihr Leben hinein. Mit Familie haben die nichts mehr anruft. Habam! Ha. Nettes Familientreffen hier. Ja. Aber ganz nettes. Na los, weiter. Dann bin ich dabei noch mal in der Rumschämling, glaube, oder? Nein, das war's. Komm, du darfst nach oben. Raubtier-Modus, ey, ich mein Räuberleiter. Raubtier-Modus. Was? Na, was? Nach da. Au, 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 au. Au, au, au. Geh doch in Deckung! Nein. Doch. Oh, voll in den Rücken geschossen. Wie gemein. Ich dachte schon, du bist nicht mehr da. Ich bin nicht da. Ich schieße doch noch, wie so ein Beklopter. Bin ich da. Ja. Irgendwas frackt mich die ganze Zeit an, ey. Das nervt mich. Wo ist er denn? Da. Sag mal, was ist denn mit dem jetzt? Gibt's doch nicht. Wie viele Kugeln soll ich denn noch in den Reihen jammern? Äh, reinjagen. Mach euch keine Sorgen. Ich hier reinjammern. Dann jammer mal. Geh endlich tot. Geh endlich tot. Da, noch mehr. Andere Seite. Oh, toll. Welche Seite der? Dreck, sack. Über dir. Tot. Immer neben explosiven Fässern. Sehr gut. Oder Tanks. Komm raus mit deiner Birne. Dammt. Hast du ihn? Hab ihn, ja. Gut. Headshotfalle. Sehr gut. Noch mehr zum Spielen. Und ein Wagen. Ich hab keinen bestellt. Naja, dann müssen wir dem Taxi wohl sagen, dass wir nicht weiter mitfahren wollen. Das war blöd. Noch mal das Ganze. Ab. Kaboom. So, jetzt war's richtig. Sehr gut. Und das Auto auch noch. Das gefällt mir. Wie bei uns ist auch noch einer. Jetzt ist er Matsch. Oh, der klebt an der Wand. Ah, scheiße. Nicht der schon wieder. Der Hobby-Soldat wieder. Abel. So sieht das aus. Okay. Oh, ein bisschen Muni. Warte. Geh mal sammeln. Granate. Pistole. Okay. Weiter geht's. Von mir aus, kann's losgehen. Ja. Dieses fette Ausrufezeichen. Okay, weiter. Ne? Nein, doch nicht. Verpiss dich. Hässliches Ausrufezeichen. Oh mein Gott, Alter, das ist auch blöd gemacht. Ein bisschen zurückbleiben, Mamigo. Zurückbleiben, Mamigo. Du kannst los, beweg dich! Wird gemacht. Mhm. So. Wow. Von den Autos wegbleiben. Ach so. Hey, Mann. So viele verlebt Familien verlieren ihre Väter. Das ist doch nicht gut. Wenn die überhaupt Väter haben, Mann. Ja, der hat doch gesagt. Es sind Familien, die töten, aufgegelt. Da sind sie durch. Oho. Wo ist der? Da oben irgendwo. Alter. Nicht weiter vor. Ich sehe ihn nicht. Da. Auf dem Dach. Ich habe ihn nicht. Doch. Nein. Nein, nein, der ist noch da. Warte. Hinter dem Auto ist auch noch einer. Komm schon raus mit deiner Birne. Magazin wechseln. Was ist denn? Stirb doch. Krieg hier nicht rum. Hier lang. Hier lang. Wohin? Komm doch her. Gebiet säubern. Ist doch schon sauber. Es geht noch sauber. Okay. Oh, hey. Hey, 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 hey. Ich will da auch schwitzen. Zack. Ach so. Da war noch einer. Okay. Oh, andere Seite, andere Seite. Alles voll von denen. Ach, ich hätte mal wieder ein bisschen Spaß, was in die Luft liegen zu sehen. Nochmal. Nochmal. Diesmal will ich treffen. Was ist los? Gibt es doch nicht. Na, endlich. Hier, hilf mir mal. Los. Was? Objekt bewegen? Welches? Ah. Na, super. Cordoba, sind Sie da? Cordoba! Und nun? Bradley, wenn du dich hörst, wir haben Cordoba verlobt. Da! Er geht in das Gebäude! Bradley, verstanden? Ich bin hier! Welches Gebäude? Da, man, da wird so angezeigt, gell? Wie ist der denn da bitte dahin gekommen? Boah, scheiße! Er ist tot. Und du auch. Ich bin auch tot. Wieso so schnell? Keine Ahnung. Von den Autos wegbleiben! Von den Autos wegbleiben! Cordoba verlobt! Schwer! Ja, jetzt hat er mich! Feier, klar! Ich bin noch nicht mal um die Ecke gewesen und schon war ich tot. Hey, hallo! Okay! Auf dem engen Raum nehme ich die Bleispritze. Besser ist. Nix zu sehen. Außer ein fettes Ausrufezeichen mal wieder. Oh, Mann! Gut! Vorrücken und säubern! Da vorne ist er super, da lauern sie schon! Warte, ich komm zu dir! Ich nehm andere Seite! Verdammt! Keine gute Deckung. Hier. Okay. Schieß auf die explosiven... Ja, genau. Er kommt näher. Näher. Genau! So muss das abgehen. Scharfschütze ausschalten. Ich seh ihn nicht mehr. Scharfschütze down. Sehr gut. Der hat ne Panzerfaust! Der mit der Panzerfaust töten! Wo ist er? Wo ist er? Da oben. Es sind zwei! Einer weg. Da ist der andere. Uh, da kommt noch mehr zum Spielen. Wir könnten eigentlich mal wieder in den Rage-Modus gehen. Obwohl, eigentlich ist das nicht so schlimm. Lästige Fliegen, Mann. Ey, was ist mit dem? Was? Was für ein Kehlchen? Was für ein was? Ein Todkehlchen, hab ich verstanden. Ein Todkehlchen? Und? Sie sagen irgendwas mit Vendeko. Nein, Hundz hat so... Die haben das gesagt. Ach so. Ja, ein Todkehlchen. Keine Ahnung, weil du im Kopf geschossen hast. Wo denn alles? Alter. Was ist los? Mehr zum Spielen! Oder habt ihr jetzt genug? Ich seh keine mehr. Drücke mal weiter vor. Hier. Einer von uns beiden muss hoch. Geh du hoch. Okay. Na toll, wir sind getrennt. Stolper doch nicht. Mein Gott. Ich hab gesagt, du sollst nicht stolpern. Ich kann hier gar nichts machen. Ja, ja. Hey, hey. Beine ab, oder? Okay. Ich bin hier in engen Räumen. Hey, hey. Kletter hoch. Schuss in den Rücken. Schuss in den Rücken. Jetzt fetzt dir den Arm, Alter. Er erledigt. Au, au. Hey, der da oben. Ja, genau. Wie kommt der jetzt hinter mir? Geh nicht drauf. Hallo? Ich komm nach oben jetzt. Hey, zack, Mensch. Jetzt rechts aber mit denen. Gehen wir euch ein bisschen auf den Sack. Ah, wir sind wieder zusammen. Raketenwerfer! Okay, er ist tot. Bisher nicht, aber aus eurer Gegend höre ich Schüsse. Das dürfte das Kartell sein. Wir kommen zu dir. Vielleicht begegnen wir ihm. Hoffentlich. Over. Nachladen. Weiter geht's. Wahrscheinlich ist er tot. Ach nee. Der ist clever. Dem passiert nix. Egal. Wir müssen rüber für Dreadway. Ja. Ich hoffe nur, Cordomar, sonst wo er hin bleibt. Schieß! Muss nachladen. Alter. Ich hab ihn in die Nüsse geschossen. Hier, die D-A-O-X. Die ist richtig gut. Nimm die mal. Ja, ich weiß. Ich hab die schon mal gehabt. Okay, dann nehm ich die halt. Ciao. Lass ich an meine Pumpgunnen hier liegen. Dreh ich hier wieder. Oh! Aua! Robin. Und tschüss. Kuss. WIi! Flash. Ciao. Weiter, weiter, weiter. Nochmal die hier. Ach, auf dem Dach. Scharfschütze! Wow! Kriegst du den? Hab ihn schon. Scharfschütze eliminiert. Gut, weiter. Ah, fuck! Muss nahe laden! Bats! Junge, Junge. Hey, Junge! Die ist sehr böse, Mann, die Pumpkan. Ich seh denen hier innen leben. Das ist ja echt heftig. Ah, du musst mal die Spaß nehmen. Die ist genauso brutal. Scheiße. Wo ist der? Blankiert und Headshot. Oh, scheiße! Bleib in Deckung, bleib in Deckung! Alter, was ist das, Mann? Lehn dich doch gegen das verfickte Auto, Mann! Dann hättest du mich lieber mal gerettet. Ja, genau. Nochmal das Ganze. Ach, nee. Der ist clever. Den hast du hier. Egal. Wir müssen rüber zu Bradley. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob er weiß, wo er hinläuft. Mhm. Ist doch so ne gute Deckung, was der da hat. Hab ihn. Vorsicht vor uns. Der Hobby-Soldat wieder. Meine Deckung ist am Arsch! Los, weiter! Scheiße, ich hab die. Ja, hab ihn. Doch, ich hab sie. Auf dem Dach! Au, ach! Wie ein Fetzen geschossen, Alter. So, muss abgehen. Was mit dem? Ah, ja! Oder ein Fetzen explodiert. Das ist Longshot, ja, 50, Mann. Ah, fack. Taps! Hab ihn! Muss man nachladen. Die Pumpe ist leer. Hahaha! Bleib hinter der Mauer. Distanzwaffe wieder nehmen. Scheiße. Den Brecher zuerst. Down! Jetzt haben wir keine. Jetzt brauchen wir das. Da kommt noch ein. Da kommt noch ein Brecher. Down! Oder so. Du brauchst aber auch nicht hinter der Deckung bleiben. Wenn du den Rambo-Modus anmachst, dann können wir auch reinrennen, wie die Rambos. Hallo? Oh mein Gott! Scheiße! Vorsicht! Oh, Alter! Ich geb dir Deckung! Ah, von wegen. Scheiße, der lebt noch immer. Haha, du triffst mich nicht! Bleib in Deckung. Scheiße! Ich treff ihn gut. Ah, der ist tot. Brecher ist tot. Brecher Kill! Es fehlt nur noch, dass so eine Stimme sagt. Partner Kill! Junge, wär das dann nervig. Treffer! Überraschungs-Headshot! Haha, oh mein Gott, Alter. Woah! Der hat mich! Ah, super. Ich bin weg! Hilfe! Ah! Doch! Zack! Igitz, Alter! Putz dir die Zähne! Zack! Junge, ich hab Löcher gesehen. Er hat Karies. Einen Kopf brauchst du nicht mehr. Einen Kopf braucht man zum Denken. Ja, der hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nie gedacht. Nix besonderes. Nö. Ey, was ist mit dir? Ah, aufwecken. Wie so ein Sack liegt da da? Halt durch! Die ist geil, gell? Nein, ich hab die Spaß, die geht doch genauso. Ja, so schnell! Ich geh mal hinter die Deckung. Naja, meine Grenade macht das schon. Medic! Medi! Menschenreparierer! Okay. Ey! Mann, na cian! Oh ja! Bradley, bist du okay? Der Beschuss hält an! Moment! Oh Mann! Da ist Kontova! greater tot! dass mit Kontova hier ist? Vitus! Diver! So, alter, Sultan! Du musst roten, du alter. Diver! Ok. Auto! Aah, Dallon. Tür Wir sind hier fertig. Warte auf Partner! Komm schon an! Ja, ist gut. Hallo? Jetzt. Nix zu sehen. Ich höre Mucke. Party? Oh Mann. Ich höre, wir schießen alle, was für eine Mucke ist. Da unten sind sie. Na los. Gehen wir denen Rückenbeckung. Ja. 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 Okay. Aufräumen ist angesagt. Die Putzkolonne ist hier. Hallo? Sind noch welche übrig? Also ja, bei mir nicht. Wo ballern die denn? Irgendwo. Okay, hab sie gefunden. Versprengte Einheiten. Hey, was ist los? Ich hab keine Munen mehr. Ich hab nur noch Munen für die Pumpgun. Bleib doch liegen, Junge. Nee, ich brauch Munition. Welcher Scharfschütze? Vorsicht! Jawohl, Bradley ist tot. Super. Kann man den jetzt retten? Nein. Kannst du laufen? Komm schon. Wir bringen dich hier raus. Was zu... Bewege uns! Das war's, glaube ich. Mit rausbringen. Oh ja. Die Panzerung ist ja unfassbar. Wir verziehen uns. Cordova, los! Verdammte Scheiße! Los! Los! Los, los, los! Oh, shit. Junge, das Ding ist wie ein Panzer. Das, 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 das! Not toll.